Heute schaue ich mir vor euch Frosty an, ja, der kleine Schneemann, findet ihr für 11,99 im App-Lab-Store für die Meta-Quest und dem armen Frosty wird es ganz schön warm und ich muss dem armen Frosty immer helfen, ja, in sein Iglo zu gelangen, ja, und das mache ich über Third Person, aber nicht über die Sticks, so wie ihr das von anderen Third Person VR-Spielen kennt, nein, das ist so eine Art Marionette, also ich halte den Frosty gleich mit der Hand und dann muss ich ihn über den, ja, Parcours bringen. Ob das Spaß macht, wie das Ganze ausschaut, all das natürlich jetzt in diesem Video. Ja, ich bin in Frosty und der erste Eindruck, mir ist kalt, ja, also das muss ich sagen, aber draußen ist es ja auch kalt. Ja, ich stehe mitten auf so einer Eisscholle, hier sind meine Hände, sehr schlicht, hier habe ich irgendwelche Temperaturen, weiß nicht, was soll das jetzt sein, ist das jetzt kalt oder warm? Ist kalt, ne? Ja, genau, ist kalt. Und, ja, ansonsten ist hier Wasser, welches sich da bewegt und, ah, hier auch so ein bisschen, ne? Ja, das sieht soweit ganz okay aus, hier, die Schrift, die ist ein bisschen unruhig, also ein paar Kanten sind nicht ganz so mega glatt, ne? Aber ansonsten sieht das schon stimmig aus. So, bewege dich mit dem Joystick. Oh, ich habe eine Vignette, okay, ich gucke erstmal, ob ich hier irgendwie ein Menü bekomme. Tatsächlich, guck mal hier. So, da haben wir Einstellungen. Oh, das ist aber hier ein Büschel. Ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, es flimmert ein Büschel, ne? Sollen wir erst mal Deutsch. So, simple Grafiks. Quest 3 Grafik. Okay, aber flimmern tut das hier immer noch, die Schrift, ne? Aber? So, Vignette, machen wir aus. Musik, Turning Off, Smooth Turn. Spielerhöhe lassen wir so. Hier ist irgendwie was mit Experimentell, aber da kann man nichts auswählen. Ja, und dann machen wir hier weiter mit Wach auf, ne? Hallo? Achso. Ja, jetzt habe ich Quest 3 Grafik. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Doch, sieht man. Okay, aber die Schrift ist immer noch ein bisschen unruhig. Aber ansonsten, sehr cool. So, jetzt habe ich auch kein Dingensmeer hier. Kein, ähm, wie sagt man? Wow, das ist aber ein komisches Drehen, Leute. Das ist, als würde ich so einen Bogen beim Drehen machen. Also, nicht so komplett auf der Stelle. Also, ich kriege ein bisschen mit den Knie. Das habe ich sonst nicht so, wenn ich sowas spiele. Aber okay, so, bewege dich mit dem Joystick. Das mache ich natürlich glatt. Guck mal, hier sind Pfeiler auf dem Boden. Die sagt mir, wo ich hin muss. Eines Tages erwacht Frosty, der kleine Schneemann, aus einem langen Traum, weil es zu heiß ist. Okay, guck mal, da ist so ein kleiner Eisbär, der schwimmt da rum, ne? Kleine Pinguine. Kann ich da hin? Kann ich ins Wasser? Tatsächlich. Oh, ich bin abgesoffen. Das muss ich also nochmal machen. So, schneller bewegen kann man sich nicht. Versuch, ja. Gut. Dann gehen wir nochmal zum Eisbär, gehen wir nochmal nach Frosty, ne? Und gehen wir nochmal zu dem Pinguin. So, eines Tages erwacht Frosty immer noch. Der kleine Schneemann. Und das sieht von Weitem schon mal sehr, sehr cool aus. So, hi Frosty. Oh, guck mal. Ziehe Frosty zu dir, indem du den A-Knopf gedrückt hältst. Guck mal her, Frosty. Oh. Frosty braucht dann Hilfe, um den Grund für die Erwärmung zu finden. Beschütze ihn auf einer langen Reise und halte ihn cool. Ah, okay. Ach, ich gehe jetzt hier so entlang? Und muss jetzt Frosty hier so mitnehmen, oder was? Okay. Also, ich habe gedacht, das wäre so ein, ähm, sagt mal schnell hier so ein Jump'n'Run, ne? Frosty, die Reise des Schneemanns ins, was? Anthropozän, was immer das ist. So. Wie weit muss ich denn weg sein? Achso, der zieht sich immer hier wieder bis zur Hand. Aber wir gucken uns Frosty einfach mal an. Also, das Drehen ist ein bisschen komisch. Das ist, als würde ich echt so einen langen Bogen machen. Frosty, lass dich doch mal anschauen. Der will dich nicht anschauen lassen. So, das ist Frosty. Hi, Frosty. Guck mal, den kann man sogar streicheln. Der bewegt sich dann auf jeden Fall. Okay. So, komm her, Frosty. So. Schwupp. So. Hui, Hui. So, die Frage ist, muss man die jetzt da alle mitnehmen? Also, Trigger bringt einen, ist, ist, ist... Ah, Frosty ist weg. Ach, Frosty, sorry. Kann man Frosty absaufen lassen? Oh, ja, gut. Kann man. So. Ja, ich hoffe, ihr seht wieder was. Weil das ist wieder... Ich hake mal den Kopf ein bisschen tiefer. Wie soll ich denn da hochkommen? Mit Frosty. Hä? Kann ich ja springen? Kann ich nicht greifen? Nee. Ja, und jetzt? Wie soll ich denn mit Frosty jetzt hier draufkommen? Springe neben du deine Kontrollerstelle nach oben. Ah, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Juhu. Mann, 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 Mann. So, da ist Frosty. So, Frosty. Ich halte mal den Kopf wieder ein bisschen tiefer, damit ihr wieder irgendwas seht, ne? Sonst... Ah, das geht mir echt ein bisschen auf die Knäcke hier mit der Aufnahme von der Quest. So, bewege dich mit dem Joystick, während du den A-Knopf gedrückt hältst, sodass der Schneemann dir folgt. Dann lass ihn springen. Bewege dich mit dem Joystick. Das mache ich ja die ganze Zeit, ne? So, ich halte wieder den Kopf unten, damit ihr auch was seht. Hui! Hui! Ist schon irgendwie cool, ne? Frage ist, gefällt euch das so, ne? Also mit dieser Steuerung mit der Hand? Oder hättet ihr es lieber doch über Stick gemacht, ne? Oh, ist das immer... Es geht mir vor den Nacken hier mit nach unten gucken. Aber ihr solltet ja was sehen, ne? So. Hui! So, du kannst deine Größe anpassen und öffnen das Menü mit dem B-Knopf. Okay. Das hatten wir ja schon, ne? Cool genug. So, wie viele Level sind denn das überhaupt? Also ich kann hier nicht durchscrollen, leider. Okay. Hui! So, komm. Komm, Frosty. So, ich versuch das jetzt mal hier von... Hallo, Frosty, fall doch nicht runter! Ich wollte mich doch mal drehen. Dann machen wir das jetzt mal von der Seite. Die Musik gefällt mir. Hui! Das ist okay, das Spiel, ne? Ich find das lustig. Oh. So, okay. Okay. Hui! Ach, den haben wir schon, ne? Oh, geschafft! Jetzt blöde ist, wenn ich mich jetzt hier mit dem anderen Stick drehen möchte, muss ich ja Frosty loslassen. Und dann... Ah! So, jetzt muss ich ja drauf springen, ne? Okay. Oder auch einfach nur fahren geht auch. So. Oh, nee, da muss ich jetzt springen. Hui! So, wie soll ich da... Ach, da kann ich da hinten rüberfahren. Guck mal hier. So, Frosty, Frosty, Frosty. Wieso fehlt denn da einer? Ach, da oben! Shit! Aber guck mal, die haben in netter Weise nochmal eine Rampe gebaut. Brauche ich den ganzen Kram nochmal wieder zurück? So, jetzt habe ich ihn, ne? Okay, komm, Frosty, wir nehmen hier die Abkürzung, Frosty. Frosty! Das geht aber ganz schön in den Arm, ne? Was ist das? Es sieht schön aus, aber gefährlich. Komm, Frosty. Habe ich ausgemacht. Hat Frosty jetzt so ein bisschen... Er hat ja bestimmt einen dünneren Arsch, ne? Hä? Da ist das schon aus, das Feuer? Okay. Sammle das Power-Up ein und wirf Schneebälle mit dem Trigger. Okay. Ui! Ach! Ui! So. Guck mal, der kann richtig hoch springen, ne? So. Okay. Okay, ich kann jetzt Feuer hier ausschießen, ne? Mit den Schneebällen. Ich treffe doch auch mal an dem Feuer hier. So, getroffen. So, jetzt muss ich gucken, wie brauche ich denn einen noch? Wo ist denn... Ach, der ist da hinten. Okay. Okay, geschafft. Auch geschafft. Ui! Na, Frosty? Ui! Oh, das geht aber ganz schön in die Arme hier, Leute. Boah! Aua! Guck mal, da schwimmt der. Guck mal, da hinten hier. Der ist ja voll am Surfen, der Pinguin da hinten, ne? Ja, sowas finde ich geil, ne? So Kleinigkeiten, ne? Im Spiel noch. Ui! Geschafft! Ah, komm, Frosty! So, das Eis wird immer weniger. Guck mal, wie weit der Level da ist. Das ist wie so eine Marionette hier, ne? Guck mal. Kann das auch von hier oben machen, ne? Guck mal, das Feuer geht immer erst an, wenn ich komm, ne? Sauerei hier. Ui! Schreibe ich das von hier? Komm, hab ich sogar von hinten getroffen hier den Frosty. Okay, Schlüssel. Oder die Schneeflocke. So, jetzt wird das Eis immer weniger. Hier, guck mal. Oh, auch armer Frosty. Der wird kleiner, ne? Kann das sein? Der Kleiner gewonnen. Tatsächlich, dann geht das praktisch auf Zeit, ne? Okay. Geschafft! Ja, komm. Ach, scheiße, Frosty ist runtergefallen. Das muss ich hier ganz so normal machen, ne? Wo komm ich hier so drauf? Ich guck mal. Ja, komm. Ach, Frosty. Nee, höher geht er nicht. Muss ich tatsächlich wieder... Ach, guck mal da. Pass auf deinen Kulometer und eine Hand auf. Okay. Hätte ich denn was übersehen, hätte ich eh nochmal zurückgemusst, ne? Das ist aber ganz schön weit jetzt. Ach, komm. Ich werde schon wieder ungeduldig hier. Hüi. Ja, hui. Okay. Ach. Aber meine Hand tut mir richtig weh, Leute. Oder mein... Ach. Okay. Jetzt fallen wir da nicht runter, bitte. Boah. Okay, was ist das? Okay, das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Ah! So, nicht genug Schneeflocken. Öffne das W-Menü und gehe jetzt zurück in frühere Level. Okay. Ja, komm, Frosty. Ab nach Hause hier, komm. Aber es ist cool, ne? Oder? Wie groß ist das denn? Guckt doch mal, guck mal, wie groß der Level ist hier, Leute. Da oben ist so ein Schneedingen. Okay. So, ich muss hier auf meinen Kilometer achten, ne? Aber ich finde die Musik klasse von dem Ding. Boah, Leute, der Soundtrack ist ja wohl mal Bombe, oder? So, jetzt müssen wir da oben hoch. Da war ja, glaube ich, gerade eine Schneeflocke, oder? Da war eine, guckt. So. Ich hoffe, ihr seht das alles. Also, bei mich nervt das immer noch ab mit der Aufnahme von der Queste, dass unten alles abgeschnitten ist. So, abgeschossen hier. Hallo? So. Gucken, dass ich keine Schneeflocken hier übersehe, ne? Ja, Frosty, du bist echt ein Held. Oh, 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 oh. Der hat sich in den Arschweinbrannt hier. Frostometer, Hälfte nur noch. Oh, 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 oh. So, geschafft. Geschafft. Oh, 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 oh. So, geschafft. Frosty in Hause gebracht. Wow. Das macht Laune. Boah, Leute, guckt auch mal, wie geil das aussieht. Wo sind alle Bäume hin? Also, ich finde die leveln einfach nur grandios. Guckt euch das mal an. Muss ich da hin? Da ist ein Baumstamm. Da muss ich ein bisschen balancieren. Da ist ein Häuschen. Ja, richtig toll, oder? Also, mir gefällt das echt mega, das Ding. So, da stand irgendwas von. Ich kann die Größe anpassen. Komm, wir gucken nochmal. Musikspielerhöhe da. Ah, okay. Da bin ich sehr klein. Komm, wir machen das mal in ganz groß. Wenn das irgendwas bringt. Aber das ist nur das Einzige Doofe, wenn ich mich wirklich drehen möchte. Dann, ähm. Okay, geschafft. Müssen wir da hinten irgendwie rüber? Kann der da durch? Tatsächlich, so. Was passiert? Hä? Das ist doch eine Brücke, oder nicht? Oder schmilzt der mir gerade? Nö. Wir gucken mal, wie weit ich gehen kann. Und dann seufzt er ab. Oh. Ich komm da nicht rüber. Warum nicht? Okay, dann probieren wir das mal von der Seite. Aber muss ich doch rüberkommen, oder nicht? Nee, da seufzt er mir direkt ab. Hallo? Was ist denn die mit Frossi? Der soll doch den, dass er da mitnehmen. Okay, da komm ich nicht dran. Okay, was das ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, ich hab eine deutsche E-Mail bekommen. Das heißt, der Entwickler müsste dann deutsch sein. Auf jeden Fall kann er deutsch schreiben. Da komm ich auch nicht hin. Hä? Der kommt nicht hoch genug mit Frossi. Nö. Wie kommt man denn da jetzt dran? Oder kann der später noch irgendwas mehr, der Frossi? Das geht auch nicht. Also ich kann nicht auf die Baumstämme. Also irgendwas muss Frossi ja wahrscheinlich noch lernen, ne? Komm, dann probieren wir da hinten noch die Rampe. Also da muss ja noch irgendwas kommen später, ne? Dass ich die Level dann nochmal mach, weil Frossi dann irgendeine Eigenschaft bekommen hat. So, das geht. Ui. So, Frossi, Frossi. So, jetzt machen wir das Ganze mal in ganz klein, ja? Ich zeig euch das jetzt nochmal in ganz klein, Spielerhöhe. Zack. Komm, ein Frossi ganz klein hier. Oder ich bin ganz klein, ne? Auch nicht schlecht, so. Jetzt seh ich aber den Level natürlich nicht mehr so genau, ne? Oh. Also ich selber kann auch absaufen. So. Frossi, Frossi. So. Komm her. Ui. Okay. Ne, ich mach mich wieder groß. Das ist besser, weil sonst seh ich das alles. Guck mal hier. Ach, da brauch ich 28 Stück, ne? So. Guck mal, was da noch alle kommt. Drei, sechs, vier, sechs, fünf, sechs. Das ist nicht das Ende. Dies ist das Ende, das ist nicht das Ende. Okay. Also kommen noch einige Level, ne? Sollen wir mal wieder größer, jedes besser. So, wir gucken uns auch mal den Level jetzt hier an. Guck mal, da hinten ist ein Schiff und alles. Also von den Leveln her, ne? Die sind riesengroß. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, ob Frossi jetzt noch irgendwelche, ja, Eigenschaften erlernt, das kann ich euch echt nicht sagen, weil ich muss ja irgendwie da überall drankommen, aber sehr geil. Gefällt mir. Ja, viel mehr möchte ich auch gar nicht spielen, Leute. Das möchte ich euch überlassen, euch hier durchzuknobeln, aber wirklich sehr cool gemacht. Oh, ich bin wieder gestorben. Und auch der Soundtrack, ich finde den Soundtrack mega zu dem Ding. Das passt einfach, ne? Sehr cooles Ding, auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt noch mal irgendwas ausprobieren, weil das geht nicht, weil ich muss das, das konnte man andrücken hier, das Ende, ne? Das ist das Ende. Oh, so kann es nicht weitergehen. Schaut mal. Das ist aber nicht schön, ne? Was ist denn hier passiert? Frossi wird das nicht überleben. Nein, das ist aber wirklich sehr, sehr traurig jetzt hier, ne? Da hinten ist das Tor. Ah, da brauche ich ganz viele, komm, wir gucken mal einmal. 76 Stück brauche ich dafür, um dieses zu öffnen. Nicht genug Schneeflocken. Ah, vielleicht hätte ich die ja das abschießen können, diese Schneeflocken. Geht das vielleicht auch? Müsst du mal nochmal ausprobieren, ne? Dass ich dann da dran komme. Okay. Oh. Gut. Ja, ihr seht nämlich dann hier, ne, 0 von 1. Ich habe ja eigentlich eine Schneeflocken jetzt hier eingesammelt, ne? 24 von 121. Es rappelt zwei. Da habe ich zwei von sechs, ne? Ja, dann macht der nochmal. So. Da oben bin ich ja nicht dran gekommen, ne? Ich weiß nicht, kann man die abschießen? Achso, hier gibt es ja gar keine Bälle. Da müsste ich mir ja erst mal Bälle suchen, ne? Also, ich weiß nicht, warum Frosty nicht da dran kommt. Oder kann Frosty über die Bäume hüpfen oder was? Komm, wir gucken mal. Ne. Ja, da wäre natürlich jetzt sehr schön, wenn man hier, wenn ich hier eine Info kriegen könnte, warum ich hier an den da jetzt nicht dran komme, hier, ne? Nicht absaufen. Da komme ich nicht hoch, ne? Das ist nicht hoch genug. Ja, vielleicht kommt da noch irgendwas. Vielleicht lernt Frosty noch irgendwas. Oder ich kann wieder irgendwas drücken, was noch nicht erklärt worden ist, ne? Grifftasse? Ne. Ne. Okay. Soll auch erst mal reichen. Gut, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit Frosty. Und im Fazit sage ich natürlich noch was zu dem kleinen... Na, was war das hier wieder für ein Abgang? Zum... Wo ist der kleine Schneemann? Hallo? Es vibriert. Da ist er. So. Dann sage ich euch noch im Fazit was zum kleinen Schneemann hier zu unserem Frosty. Und ihr bleibt noch ganz, ganz, ganz kurz dran. Ich finde Frosty einfach mega. Richtig, richtig cool. Ich habe erst gedacht, es ist wirklich über so eine Touch-Steuerung. Nein, es ist so marionettenhaft. Und das tut dem Spiel unheimlich gut. Weil man selber den ganzen Level abläuft, ja? Frosty ist süß. Die Level sind mega. Also riesengroß teilweise. Also für so ein Third-Person-Jump'n'Run-Geschicklichkeitsspiel. So möchte ich es gerne nennen. Die musikalische Untermalung, die ist bombastisch. Also es hat mir wirklich mega, mega gefallen, der Soundtrack zu diesem Spiel. Es ist tricky. Es geht aber trotzdem gut von der Hand. Und zwei Sachen habe ich nicht erreicht. Das war einmal das Boot, obwohl da ja so ein Steg war. Also ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Und eine Schneeflocke, die war ja viel zu hoch. Da konnte ich nie drauf springen. Also ich gehe davon aus, der Frosty, ja, er lernt noch irgendwelche Eigenschaften im Verlauf des Spiels, ja? Aber für 12 Euro kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Richtig tolles Ding. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, eure Meinung zu Frosty? Schreibt die gerne mal hier in die Kommentare. Werde ich mir alles durchlesen und natürlich auch beantworten. Und jetzt noch raus eine Einladung für unseren Discord-Server. Wir sind mittlerweile über 1000 Member stark. Joint gerne dieser großartigen, chilligen VR-Community. Link zum Discord in der Videobeschreibung zu finden. Oder einfach weare-discord.de eingeben. Wir freuen uns auf euch. So, und jetzt ab in den App-Lab. Frosty gekauft und dem kleinen Schneemann mal so ein bisschen geholfen. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video natürlich wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wisst ihriniz 하freu? Praise segur. Ich liebe Discovery. Bis zum nächsten Mal.